Oh Mann, oh Mann, ich hab heute gar keinen Bock auf Schule, ich bin so verdammt müde und ich hab meine Hausaufgaben nicht gemacht und keine Ahnung, Mann, Buddy, wie sieht's bei dir aus? Hast du heute so wirklich... Ich hab heute überhaupt keinen Bock auf Schule irgendwie, hab ich... Ich hab irgendwie vor... Irgendwie... Lass einfach abhauen nachher, okay? Lass einfach so zur dritten Stunde, lass einfach weggehen, okay? Lass einfach abhauen bis hier... Ach, jetzt ist das Auto hier wieder hinschieben, ich glaub nicht, dass es so gedacht war vom Verkäufer, dass man das Auto schieben muss, aber... Äh, 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 äh... Ach, okay... Äh, äh... Guten Morgen, Klasse, guten Morgen! Guten Morgen, Frau Lehrerin, Easy Cheesy Sir, äh, ich meine, hallo, hallo! Dankeschön, Dankeschön für den Apfel, ich hatte aber schon einen von gestern von dir noch, weißt du? Aber der ist doch jetzt schon längst vergammelt, oder nicht, Frau Lehrerin, ich bin mir nicht... Ja, du, da hast du recht, Lars. Äh, und, äh, wir machen jetzt erstmal hier einen Morgenkreis, kommt mal alle hier... Oh nein, ich hab gar... ich hab gar keinen Bock da drauf, ey, Frau... Ihr beiden, ja, jetzt kommt hier die Fluchtbäcker, setz euch mal hier, Lars, auf deinen Platz hier, deinen Stammplatz hier vorm Fenster... Jaaaa... Okay, ich setz dich hier... In die Ecke, Buddy, geh wieder in die Ecke, okay... Ja, in die Ecke, in die Ecke, genau, so, also... Erzählt mir mal von eurem Wochenende, was habt ihr so viel gemacht? Mein... Dann hat's geregnet... Dann war's na... Oh, langweilig! Oh, warum fragt sie mich denn überhaupt? Was im Schnee? Pizza, du hast uns Pizza mitgebracht, Lars! Ich? Ich hab... Das ist meine Pizza! Ich hab... Warum stehen sie auf der... Das ist meine Pizza, da darf ich hier wohl draufstehen! Äh, Buddy jetzt! Oh, Buddy ist wieder so eine Nervensäge, Frau Lehrerin, ich wollte eigentlich schon... Okay... Okay, in den anderen Klassenraum, Buddy, komm mit! Buddy, los in den Klassenraum, ich hab nämlich heute ein richtig tolles Fach vor euch mitgebracht! Oh, nee, ich glaub... Ich glaub, Buddy, ich glaub... Oh, oh, nee, Buddy... Buddy, was ist los? Musst du schon wieder auf... auf Toilette? Ich glaub, er muss... Er muss wieder auf Toilette gehen... Oh, ja, dann los, dann geh... Aber, Buddy, wir warten... Ich muss auch, ich muss auch mit... Nein, 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 nein... Oh, nein... Okay, warum steht da ein Auto? Okay, alles klar... Das ist mein Auto, das ist mein Auto... Du, jetzt geh schon mal in den Klassenraum, Buddy... Ich geh in den Klassenraum, ja... Alles klar... Ich glaub, es dauert so ein bisschen, bis der Buddy wieder da ist... Ja... Weißt du was, in der Zwischenzeit... Ich geb dir jetzt mal hier so eine Spitzsacke... Hier hast du einen Wassereimer und hier hast du eine Angel... Und dann kannst du jetzt mal angeln gehen... Du brauchst dir einfach den Block ab und dann machst du dir da Wasser an und angelst... Aber ist das... Ist das... Ist das normal so, dass ich... Okay, egal... Ich hör einfach mal auf das, was die Lehrerin sagt... Oh nein... Oh, Buddy, was machst du denn hier? Was ist denn los? Der... Der... Wo ist... Oh nein, Buddy! Oh... Iiiiih... Oh... Oh... Oh Gott, Buddy, warum... Oh nein... Nein, nein, nein... Buddy, komm her... Ich nehm dich jetzt hier an die Leine... Aber du musst ihn noch... Du musst ihn sein Kekkerchen machen lassen... Sonst... Nee, ich nehm jetzt den Buddy an die Leine... Jetzt komm schon... Komm... Ja, genau... Du bist jetzt hier an der Leine... Der Buddy ist doch kein Tier... Der Buddy ist ein Tier... Das sieht man doch... Okay, komm... Das ist hier... Das ist hier eine Schule für... Oh, das ist... Das ist die schlimmste Schule überhaupt... Okay, ich bin... Ich bin noch am Angeln... Nein... Ich möchte auf jeden Fall... Ich fang auf jeden Fall was jetzt hier heute noch... Passen Sie auf... Ich fang auf jeden Fall heute noch was... Gucken Sie... Hier... Ich hab einen Fisch gefangen... Einen richtig großen, dummen Fisch... Gucken Sie... Da ist er... Also hier sind jetzt erstmal... Eure Tests hier... So... Wir schreiben jetzt Tests übers Angeln... Okay... So... Ein Blatt für dich... Ein... Achso... Das ist mir... Jetzt hat er beide... Jetzt hat er Buddy... Wirst du beide testen... Dann schreib Buddy beide Tests... Der kann ja für dich mitschreiben... Okay... Wenn du sechs kriegst... Dann ist es ja nicht... So... Okay... Konzentration jetzt... Konzentration... Konzent... Wo geht der denn... Wo geht der denn jetzt schon wieder hin? Oh nein... Oh nein... Hä? Buddy kommst du mal wieder in die Klasse? Wo ist er hin? Er ist einfach abgehauen... Ich glaube er ist... Er ist nicht auf dem Klo... Das kann nicht wahr sein... Wo ist er... Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Wie hat er das gemacht? Wenn man einmal einen vernünftigen Schultag machen... Hä? Wie hat er das denn gemacht bitte? Er ist einfach verschwunden... Hä? Da vorne ich seh ihn! Ich seh den Buddy! Da vorne ist er mein Auto! Nicht mit meinem Auto fahren Buddy! Oh! Da hinten ist er! Oh! Da hat er sich versteckt! Buddy! Das ist ganz gut! Wir sind nicht... Nein, nein, nein! Bleib mal hier! Bleib mal hier! Ich nehm dich wieder an die Leine! So! Zack! Okay! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Hier rein! Genau! Wir gehen jetzt in die Bibliothek! Buddy! 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 Wir werden einfach ab... Wo ist die Lehrerin? Ist sie hier irgendwo in der Nähe? Okay! Sie ist nicht da! Ähm! Buddy! Wir machen einen Plan! Okay! Wir machen das so! Hast du die Autoschlüssel? Du hast nicht die Autoschlüssel! Okay! Okay! Ah ja! Kuchen! Es gibt viel Kuchen! Und Geburtstage! Und feiern! Und ich mag Affen und Bananen! Und das ist sehr, sehr toll! Ich! 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 Buddy! Wir müssen uns irgendwie... Oh ja! Das ist schon mal ein guter Anfang! Gibt es her? Gibt es her? Gibt es her? Buddy! Gib mir auch was! Warum hast du eine... Buddy! Wir sind in der Schule! Warum hast du eine Panzerfaust dabei? Das kannst du doch nicht machen! Äh! Okay! Pass auf! Die Lehrerin steht da hinten! Aber ich glaube die kann uns nicht hören! Buddy! Wir müssen hier irgendwie rauskommen! Buddy! Nein! Keine Pizza! Keiner mag deine Kackapizza haben! So dann mach die weg! Okay Buddy! Wir machen das so! Wir werden ausbrechen! Und werden dann einfach ganz schnell wegrennen! Oder wegfahren! Wir brauchen aber dazu noch irgendwie einen Fluchtwagen! Wir brauchen irgendwie Fluchtautos! Äh! Ja! Keine Ahnung! Also ich habe jetzt keinen besseren Plan! Ich will einfach nur... Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Schule jetzt! Okay! Äh! Ich meine... Okay! Wir haben glaube ich... Ich habe euch für unser Biologie-Projekt... Habe ich euch was mitgebracht! Und zwar... Guck mal her ihr beiden! Meine Sonderschüler hier! Ich bin kein Sonderschüler! Ein ganz besonderer Schüler bist du! Ja! Hier ist eine Zwiebel! Und hier ist eine Karotte! Und ihr macht jetzt eine Gemüsesuppe! Oh man! Der Buddy klaut mir alles! Ihr geht jetzt hier in die Schulküche! Sucht mal die Schulküche! Und dann macht ihr eine Gemüsesuppe! Okay! Oh! Dann machen wir jetzt eine Gemüsesuppe! Ich komme so langsam hinterher! Okay! Alles klar! Ich hole mein Auto noch! Warum zur Hölle sind hier Köpfe einfach? Buddy komm mit! Komm mit! Komm mit! Hallo! Was macht ihr denn hier? Hier geht es gar nicht lang! Wir müssen hier... Das ist der falsche Raum! Buddy komm schnell mit! Die Schulküche! Buddy komm 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 komm! Wo ist er denn jetzt? Komm jetzt mit! Los! Beweg deinen Hintern! Auf! Auf! Wir müssen jetzt so schnell... Ja ja! Schulküche! Komm mit! Buddy komm einfach mit! Ja ja! Die Schulküche! Mist wie geht es hier nochmal raus? Ich hasse diese Schule! Hier geht es runter! Komm mit Buddy! Was hast denn du da Buddy? Was hast du da in der Hand? Lauf! Lauf! Buddy lauf! 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 Beweg dich! Beweg dich! Beweg dich! Was macht ihr denn da? Wir suchen die Schulküche! Komm hier lang! Los! Einfach weg! Einfach weg! Buddy Buddy! Hast du Dings? Hier ist doch die Schulküche! Äh! Hier ist die Schulküche! Was war das? Buddy hast du Dings? Buddy! Buddy! Buddy hör mir zu! Oh mein Gott der hat ein Loch hier reingesprengt! Oh mein Gott wir sind frei! Buddy! Nein! Was hast du getan? Buddy hör zu! Hör zu hast du noch Dings? Hast du noch was zum wegsprengen? Gib mir mal die Panzerfaust schnell! Schnell gib mir die Panzerfaust! Schieß die Lehrerin ab! Nein! Wehe! Du lach! Das kann ich! Ich habe einen durstetesten Schuss aufgehoben! Gib mir den Schuss Frau Lehrerin! Ich möchte dich abknallen! Okay! Okay! Wir kommen ja wieder rein Lehrerin! Komm mit jetzt Buddy! Ja! Ja! Weiter geht's! Der Schultag ist noch nicht vorbei! Der Schultag ist mir so egal! Ich habe keinen Bock mehr! Ich habe... Ich... Buddy! Buddy! Buddy du hattest... Oh mein Gott! Okay! Alles klar! Alles klar! Ich verstehe was du meinst Bro! Okay! Und zwar stellt ihr euch beide gegeneinander! Genau so! Und dann macht Buddy was und du machst ihm alles nach! Okay! Buddy du fängst an! Oh nein! Er kackt da hin! Ich will nicht auf den Boden machen! Ja los! Du musst ihn nachmachen! Okay! Ja! Okay! Buddy was machst du jetzt? Okay! Was macht er jetzt? Nein! Buddy nein! Das ist sehr sehr interessant! Ja! Buddy lauf! Du musst es ihm nachmachen! Ich muss äh... Buddy warte! Nein! Chill 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 chill! Buddy ich habe eine viel bessere Idee! Ich habe eine viel bessere Idee! Komm her! Komm her! Lauf! 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 Buddy wir machen das so! Wir machen das so! Die Lehrerin kann nicht das ganze TNT abbauen! Gib mir die Hälfte! Gib mir die Hälfte! Die kann nämlich nichts hier abbauen! Und wir werden das jetzt einfach so machen, dass wir hier schön überall... Buddy verteilt hier überall TNT! Okay! Los komm schon! Wir sprengen einfach die Schule weg! Was macht ihr da? Nein! Das könnt ihr nicht tun! Ihr könnt nicht überall... Oh nein! Die schöne Schule! Buddy los! Macht das! Was macht ihr? Oh mein Gott! Er zündet alles an! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Er zündet alles! Nein! Oh mein Gott! Die schöne Schule Buddy! Ja! Das ist eine Schule gewesen! Wo ist er hin? Buddy! Buddy gib mir Feuerzeug! Ich will auch... Oh Mann! Ich will auch was kaputt machen! Warum? Wo ist er hin? Ach da bist du! Wieso macht ihr immer so was mit mir? Da bin ich Lehrerin geworden, um kleine Kinder zu unterrichten! Komm schnell weg hier Buddy! Los! Wir hauen jetzt einfach ab, Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Lass die... Lass die Lehre... Komm, wissen sie was Lehrerin? Sie können mich mal... Sie können mal meinen Fuß kauen! Das gibt's doch gar nicht! Nee, jetzt komm hier an die Leine! An die Leine! Kinder gehören an die Leine! So Buddy, komm hier! Zack! Lauf einfach weg! Komm jetzt! Buddy! Buddy! Buddy, hast du noch dein Privatjet? Du hast doch noch locker dein Privatjet dabei! Lehrerin, gehen sie einfach weg! Wir haben keinen Bock mehr! Weißt du was? Ich spreng sie jetzt hier weg einfach! Das ist mir jetzt auch egal! Einfach weggesprengt! Komm jetzt los! Wir fliegen jetzt einfach wieder weg! Los! Buddy, du weißt wie das Ganze geht! Hier! Tschüss mit dem... So! Ah, ich kann hier nichts draus platzieren! Los! Flieg jetzt! Buddy, flieg! 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 Oh mein Gott! Das war so knapp! Nein! Niemals! Bis morgen! Was? Wieso? Wieso denn müssen wir euch wettern nicht mehr? Alter, Buddy! Ich hab dein Hintern wieder im Gesicht, Buddy! Ah, okay! Alles klar! Leute! Wir haben die Schule erfolgreich in die... Ah! Wir haben die Schule erfolgreich in die Luft gesprengt! Wir haben die Lehrerin ausgeträgt! Und ich würde mal sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir sprengen die Schule! Vielleicht habt ihr ja Bock auf mehr, Leute! Vielleicht brechen wir das nächste Mal einfach aus dem Kindergarten aus oder sonstiges! Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf mehr habt oder sonstiges! Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns für heute! Und... Hau da rein, Leute! Tschüss! Ciao!